Muss ich eine Altersrente beantragen, wenn die Bundesagentur für Arbeit mich dazu auffordert? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Grundsätzlich nein, Sie müssen keine Altersrente beantragen, wenn die Bundesagentur für Arbeit Sie deshalb auffordert. Wenn Sie Arbeitslosengeld I beziehen, z.B. 24 Kalendermonate vor Rentenbeginn, dann kann die Bundesagentur für Arbeit Sie nicht zwingen, einen Altersrentenantrag zu stellen. Das ist nur möglich, wenn Sie ergänzende Leistungen Hartz IV bekommen. Dann kann das Jobcenter-Bundesagentur für Arbeit Sie zwingen, unter bestimmten Voraussetzungen nur, einen Altersrentenantrag zu stellen für eine vorgezogene Altersrente. Aber im normalen Arbeitslosengeld I Bezug ist das grundsätzlich nicht möglich. Was aber die Bundesagentur für Arbeit machen kann, ist, sie kann Sie zwingen, unter bestimmten Voraussetzungen, die sind im § 145 SGB III niedergeschrieben, einen Antrag auf eine Erwerbsminderungsrente zu stellen. Das heißt also, wenn Sie in der sogenannten Nahtlosigkeitsregelung drin sind und die Bundesagentur für Arbeit hat mit einem Gutachten, mit einem ärztlichen Gutachten festgestellt, dass Sie länger als sechs Monate unter drei Stunden täglich nur noch arbeiten können, also sozusagen nach deren Sicht Erwerbsminderung vorliegt, dann kann die Bundesagentur für Arbeit Sie zwingen, mit einer schriftlichen Aufforderung einen Erwerbsminderungsrentenantrag zu stellen und zwar bei der Deutschen Rentenversicherung. Und wer jetzt zum Beispiel 63 ist und schwer krank ist, für den ist nicht zwingend das unbedingt ein Nachteil, dass er einen Erwerbsminderungsrentenantrag stellt, weil sich herausgestellt hat, dass Erwerbsminderungsrenten häufig höher sind als vorgezogene Altersrenten. Aber nochmals zum Thema, nein, die Bundesagentur für Arbeit kann Sie nicht dazu zwingen, einen Altersrentenantrag zu stellen, wenn Sie ganz normales Arbeitslosengeld I beziehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.